Die Frage, die ich oft gestellt bekommen ist, was ist denn überhaupt ein Creative? Dass wir einfach auf dem gleichen Nenner sind und von der gleichen Sache sprechen. Ein Creative ist im Prinzip, kann ein Bild oder ein Video sein, was benutzt wird, um damit zum Beispiel bezahlte Werbung zu machen. Dazu gehört natürlich immer auch ein Werbetext und eine sogenannte Headline. Und dieses Ganze zusammen, also ein Bildvideo plus Text plus Headline, ergibt quasi das Creative dann. Und jetzt weißt du, wenn jemand von Creative spricht, was damit gemeint ist.